ich glaub ich bin heute relativ leise immer Wenn ich mich so ein bisschen konzentrieren würde, dann passiert das schon. Bei dem Wetter ist alles schlimm. Pioniere! Gut, meine Anhalten sind auf jeden Fall jetzt mal gesichert. Das ist sehr schön. Oh wunderbar. Warte mal, ich baue aber erst die vielleichten Panzerfahrzeuge. Unterstützende Panzerfabrik kommt sofort. Dann kann ich nämlich davon gleich mal welche bauen, wenn ich mal Ressourcen genug hätte. Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Okay. Ich brauche eine... Ich habe nicht genug Ressourcen. Ich bräuchte eigentlich einen Scharfschützen. Sind die eigentlich immer noch... Ähm... Ah, etwa drei Unterschütze für Angrauffahrer durch leichte Fahrzeug. Ja. Okay, also ähm... Banana Joe verzögert das Spiel. Ist ja gut zu wissen. Ich müsste eigentlich die Flagge irgendwie einnehmen. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Oh, da ist... Mörder-Schuss. Gott im Himmel ist das kalt. Wir gehen hin. Okay. Wo wollt ihr hin? Ich brauche diese Schuhe von den Russen. Hm. Komische Leute. Was wollen sie? Wieviel kostet denn ein Panzer? Zu viel. Aber den kann ich gleich bauen. Äh... Jawoll. Zack. Okay. Bereit! Ich hasse es durch den Schnee. Mörser abbauen! Wir müssen los! Überall ist verdammter Schnee! Ich erfriere hier! Ja! Trommelfeuer auf ihr Ziel! So, das müsste eigentlich gehen mit beiden Mörsern. Von der Entfernung hier müsste das reichen. Mal gucken, ob da irgendwas rüber auskommt. Mal gucken, ob da irgendwas rüber auskommt. Mal mal ganz blaue schießen. Mal gucken. Mal gucken! Mal gucken. Geht das so? Ja, geht Schön Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön Die haben echt viel weniger Infanterie Als, äh, die russische Armee Okay, was war denn hier Feines? Ne, damit fange ich gar nicht erst an So, effektiv gegen die meisten Ziele angreifbar durch schwere Panzerabwehr und Sturmgeschütze Gegen leichte Fahrzeuge, panzerte Fahrzeuge, Verteidigung und Strukturen Hauptkanal, äh, der ist, glaube ich, nicht so wendig wie der, ne? Äh, müssen wir denn rauswerfen Sieht's momentan aus Läuft eigentlich ganz gut Wie weit ist denn der Radius? Okay Ähm, gut zu wissen So, dann fangen wir doch mal an, wo ist das? Ne, da, da Ich kann ja nicht mehr So, noch ein Benzin Und zuck Sehr schön Verwarten Feueraufgang Feuerunterstützung ist unser Weg Mörser umstellen Zielen Feuer Ich hoffe, dass sie treffen Oh, sehr schön Sehr schön Wir steigern unser Dienstgrad, indem wir toden über den beiden Wings Wir steigern unser Dienstgrad, indem wir toden über den beiden Wings Wir schießen auf meine Männer Schweinefriester Mörser Wir haben einen Feuerauftrag Ja Wir haben Verluste Mörsereinheit Bewegung Ich bin getroffen Wir töten ein ganzes Urt Bewegung Ich bin getroffen Mörsertrufen zu Unfall Oh, dieses Rumlenken, das nervt, ne? Das gibt es doch nicht Kochen, kochen, kochen Schnell, Bewegung Das ist der vorderen Gebäude, wird angegriffen Pioniere, weg hier, sonst sind wir tot Wir müssen das Minenfeld räumen Nein, das sind Minen, damit kann ich nichts anfangen Ratschere, ich brauche Sprengstoff Schweine Erwarten Befehle Grenadiere rücken aus Scheiße, das tut weh Mörsertruppe erwartet Befehle Noch ne Mörsertruppe, ja Das ist ja alles nix Was soll der Marsch? Los, los, los Vorwärts Steiners Lippen sind am Mörser festgefahren Ach, dieser Steiner Immer Den Kopf runter und wegrennen Bewege meinen Arsch hier weg Schaustürzen weiter nach vorne Pioniere Rein, ausrücken und auf Erfrierung in Acht geben Ah, ihr solltet da nicht rein Okay So muss die immer sein, halt ich hatte da einer überall So viel Schnee Eigentlich war er wieder Das ist wie ein Panzer Das ist ein bisschen scheiße Okay Hier gefrorene Grenadiere Neue Einheiten bereit zum Bau Es ist viel zu kalt für ein Spaziergang Pioniere abrücken Feindliche Pakt beschießt uns Spazierfeier noch Verkrifft durch feindliche Panzer Was wollen sie? Wir kaufen eine Schere Schäil Feindlicher Panzer ist aus Fööööööööööööööööööööööööööööööööö Pondster vier sind im Bewegung! Bereit! Dieser Panzer muss ja wegverdammt! Fertig! Sollen wir etwas... Und los geht's! 10 Kuta Ja, genau, natürlich, ja, na sicher. So, jetzt stirbt, kacktsatze. Ah, wir haben wieder Standbild, ja, werft sie alle raus, alle raus. Mörser Einheit! Auf die Infanterie feuern! Schneiderfeuer! Na los, Beeilung! Scharfschützer unterwegs! Pioniere, wenn wir hierbleiben, sterben wir! So, schön. Einen Stern gehört schonmal wieder uns, einer neutral, einer der Gegner. Willst du sterben? Bewegung! Mörser! Da sind sie dann, muss die dritte mehr sein, halt. Da. Ich hab den Sniper einmal vorschrücken müssen. Ich will wissen, ob das Gebäude da hinten wieder frei ist, oder ob das... Okay, da ist noch was drin. Wollen Sie indirekten Beschuldigung? Haltet Sie auf, oder von der Drogen ist zu lang! Nein, der Drogen ist voll und auf mich! Marschieren! Verlasse die verdammte Gegend! Und weg bin ich! Was wollen Sie? Fangen wir an zu bauen! Schwerer MG-Trupp ist tot! Ich bin ein ausge... Ja, unterwegs! Schon wieder am Lingen. Unterwegs! Ich hab meine Panzereinheit verloren, das ist echt ärgerlich. Wir laufen Ihre Befehle! Aber, nichtsdestotrotz, fang ich jetzt an zu verteidigen. Okay, da ist nichts mehr. Da haben wir alles leergeräumt. Okay, gut zu wissen. Ich nehm alles mit Dings ein. Die Bioniere können damit bestimmt noch was anfangen. So, jetzt wird's lustig. Ja, ich gehe. Ich gehe mal raus. Dann, wo wir uns geholfen haben. Ich gehe mal wieder. Ich gehe mal raus. Oh ne? Wieso? Ich gehe mal raus. Ich bin einfach raus, was du hier drin hast! Ich bin�apfel. Ich bin schon mal raus. Okay, der ist wirklich der Flut�. Ich bin schon mal raus. Ich bin schon mal raus. Ich bin schon mal raus. zu laufen wir müssen das was wir müssen etwas bauen ausrücken und auf der frierung wir müssen etwas bauen wir müssen gucken kommen wo man hier am besten anläuft was wollen sie ich brauche diese schuhe von den russen ich finde die nur halb so lustig ich finde die gut ja